Komm! Was? 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 Hä? Denk ich auch. Das gehört dazu. Oder? Wir sehen uns. Kommt dann da noch raus. Wir müssen einfach reinstehen. Ich habe gerade ein neuer Wörter. Wie warum hast du das reingestellt? Ich komme wieder hin an die Dachstelle. Ne, vorne. Nein, nur noch einmal in der Tür. Ja, und zwar auch jemand. Es sind die nicht vorgebracht,iv Gott, endlich haben wir versucht eine empathische Aufgabe. == Ich hoffe, du hast keine methode. Er war bei einer christen womb. Tanus! Tanus! Ich komm da wieder! Mieger, hau ab bitte hier mit deinem! Hau ab! Wir wollen jetzt losgehen! Schau mal schon mal auf! Auffallen! So weit waren wir schon! Ich bin einig! Ich bin einig! Es geht zum Chips! Es geht zum Schiff! Warte! Warte! Wir brauchen jetzt 3.000 Euro! Wir brauchen jetzt 3.000 Euro! Ich habe eine 1.5 Euro! Ich bin einig! 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 Jürgen ich muss nicht nur mit dem Teil von Jürgen haben wir machen die Schatten von meiner Linken seit die Rache rümmen gespürt das ist auch nicht so hoch das Ding für mich so jetzt noch mal drehen wenn wir drehen jetzt nicht jetzt nicht ja was guck mal her warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal Das ist so ein Ding, da mal aufrufen, ne? Sie ist doch freis riesig ruhig. Ja, aber dann mach ich ans Auto rein. Ich sag's, achst du mal ins Auto? Ja, ich leg mal Finger fürs Auto. Ach, mach ich mal ins Auto damit. Komm rein. Fick's rein, ehe ich's wieder aufgebt. Ich geh' dem Auto auf, dann fahren wir uns auf. Wir geh'n ans Auto auf, dann bringen wir uns nicht mehr raus. Weil du's dritter aufschnappst. Ich bin nicht den Seh-Ellen, na?